So, jetzt geht's zum Skifahren. Eine Supervereinbeutung haben wir hier abgegriffen. Einen riesengroßen Schrohr, hier kannst du fast mit dem Auto reinfahren. Mit Bordewanne, das finde ich sehr gut. So, das Zimmer ist meiner. Ja, wir sind hier in Zell am Zimmer, morgen geht's dann zum Skifahren. Heute einfach durch hergefahren, gute Fort gehabt, ging um sich durch. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange wir gebraucht haben, aber alles okay. So, und da ich heute der Koch bin. Habe ich das gefrorene Essen hier schon mal hingestellt. So, und genügend zu trinken haben wir auch eingekauft. Bis ich die anbauen kann, kann man schon mal drei entlegen. Aber heute, baust du? Nein, noch nicht. Ich komme mal hin. Ja, hier, was ich nicht erlebe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020